Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo, aufwachen Ja, irgendwer kenne ich den Namen Foxy Ja, Foxy ist einer von Los Skylos Foxy ist Fox Gamer Ist der ein Livestream? Ich habe mir heute RTL, nee, gestern war das, ich mir RTL Plus geholt nur weil ich eine Serie gucken wollte, den Spin-Off von einer Serie und der sonst bei Amazon Prime pro Staff 25 Euro Das ist wursenlos, Amazon Price Aber das ist doch auch irgendwie komisch wenn man Amazon Prime, oder war das noch kein Video, ich weiß es gar nicht mehr Oh mein Gott, wie hat er das gemacht? Also man kauft das und dann muss man noch die Filme extra kaufen Nee, das ist doch nicht Also die haben eine große Auswahl an Filmen, die inklusive sind im Prime drin und dann gibt es natürlich die neuesten, die man so gut draufzahlen müsste Ich glaube nur ein Russe oder ein Russe ist in deinem Live drin Ein Russe ist in meinem Live drin? Ich tue mal kurz nach Ich tue mal kurz nach Easy? Am Dio Naja, ich tue jetzt Ja, ja Ja, ich tue oft deine Zuschauer... Ich habe da noch nichts reingeschrieben Na, da Ne, da Ne, das kann ich jetzt auch nur nicht Aber ich habe ja... ich kann nicht sprechen ich kann einfach nicht auf kommando reden meine tante ist heute musste ich gefühlt zwei kinder die weiß ich aus der ukraine oder so kamen drei kinder weil sie die ganze zeit so geschlagen haben es hat so genervt und andere leute haben sie auch angeguckt dass ich einfach mal quasi gesagt habe ob sie es nicht schaffen sie einfach zu benehmen in öffentlichen erstmitteln das ist mein bruder das ist mein bruder ja ich wollte einfach leute von der arbeit ich war wollte ich abrufen und er hat diese oder nein es ist voll scheiße bei uns in der schule gibt es ukraine und so recht zu jedem mal eine schlägerei gab es an der schule alles schön und gut so ja in den landeskrieg sie sind nach deutschland gekommen alles wie sie sich auch hier manche verhalten dass sie einfach nur alter es geht gar nicht ja was der was quasi die sind acht neun zehn jahre alt gewesen ich weiß nicht so die waren einfach echt klein kann auch sein dass die 18 waren aber die fügt nur 1 10 groß ja ungefähr so sah die aus keine ahnung klein kleinwüttig ja wer weiß so so wie bitte hast du medaille und pfiffe genommen ja habe ich äh hendrik was du noch zuhörst wie heißt sie denn in meinem fortnacht da kann ich dich essen ich frag mal was kennt jemand von euch drake wer kennt ihn nicht die folge ja ok das war es von ihm schon sein spezielles video gesehen ja warum sagst du speziell das ist jetzt nicht so kinderfreundlich da hat man gesehen was man eigentlich so nicht sehen sollte nein da hat man gesehen was ein Mann in der Hose hat das hat er halt gezeigt in einem Video ja genau wie bitte er hat sein menschliches geschlecht zeigezeit auf welcher plattform auf youtube er wollte sofort wissen er wollte sofort wissen naja ich ich hab das Video ich hab das gesehen ich hab das gesehen ich hab das gesehen Achtung 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 ich sag nur es ist so groß wie ein Unterarm Unterarm alter das muss der ganze Arm dann kannst du ja vielleicht auch ein guter Fake sein ne ja ne das wurde von seiner Freundin geleakt oh was nette Freundin also ja das wurde von seiner Geheimnis ähm ich hab das gesehen ich hab das gesehen ich hab das gesehen sie ist ein 60 groß alter wie ist der nächste wie ist der nächste ja ich hab mich so schrott gelacht das war noch eine eine Stufe schlimmer als ich das war noch eine Stufe ja Los Wachos Mcdobish ist am Start schön dass du da bist äh kommst du kurz in die Mitte ich hab Splashes Mcdonut ist das phobisch? ja oder wer? ja phobie ja phobie phobie ist mcdonut's moderator guck mal wie gut ich deine zuschauer kenn ja da passt jemand auf ja phobie wenn wir den epischen sie kommen dann spielen wir in gang gehen willst du dann mitspielen? äh aber 0 bauen oder mitbauen? äh er kommt erst um 22 Uhr er kommt erst dann wenn die ey warum muss noch kurz die ähm das Teil holen dieses medaillon weil ich will gerne ja na dann auf gehts Wünsche werden auch gerne mal erfüllt ich hab neun also nicht mal geht ich weiß gar nicht was hat er denn für eine Waffe und der dahin da bocht man nicht hören also fredig wie alt bist du eigentlich ja also soll ich ne Abstimmung machen oder einfach draushauen mach ne Abstimmung man soll raten ja 85 geboren 85 bis dieses jahr 39 39 ja also hast du geburtstag? pro person ne pro person fredig na hattest du geburtstag? äh jetzt vor kurzem Ende März 27 ja ich hab drei tage nacht das alles gut alles gut du wieder nach nach ah ich hab' noch dieses jahr ja jetzt für 14. Februar ein Fisch richtig ich bin auch auf dem Bus, äh Zug Wir bleiben hier, wir gehen einfach kurz in die Zone rein Ja, easy Ich hab drei Mad Kids Ich hab einen Nix und bin in der Zone Ich probier grad diesen Teil dazu holen Atomkonga geht grad auf Ok Ich konnte, glaub ich, noch nie oder vielleicht einmal, ne noch nie sogar auf einem Zug jemanden Hensheps nennen oder generell Snit Dafür gibt's Pecknerbunkel Auf jeden Fall, uuuuh Du hatten so Äh, wir sollten trotzdem raus gleich Boah, ihr, ihr müsst euch gleich anstrengen, wenn wir gegen euch pushen und ich lege ganz im Schwanz auf meinem Stuhl Okay, du musst trotzdem raus Ah, ja, gut Nee, alter Weiß was, ich schalte auf die Scheißmedaille Ach du, Kacke Geil 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 Aber ist das Wort wieder mit mir gemacht, Alter? Das ist ein Wort, das kann man nicht im Chat packen, ne? Das wird von, von, von Tiktok, äh, direkt wieder Was? Okay, ich halte mal ein Aber, aber geil ausgeht, das ist lustig Nein, schau Geht das? Ich würde dir empfehlen, das jetzt nicht zu machen Okay, ich hab reingeschrieben Okay, krass Na, dann hast du wohl eine besondere Berechtigung Ja, ich bin Tiktok-Untermeister Ich kann viele Wörter nicht schreiben Ich, ich bin nicht der Heimat, Tiktok-Mitarbeiter Ich auch Geil Aber manche Wörter kennen mich auch nicht Ich glaub jetzt, ach so, mach ich halt mal Vielleicht aber auch, weil ihr schon bekannt seid in meinem Chat als korrekte Teilnehmer Hier, nein, nein, ich hab ein, ich hab ein, ihr müsst well, also mit Doppel-L dreimal schreiben Well, 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 in einem Text guckt Es wird direkt gelöscht Well, well, well Ach, hör auf damit, lösch dich mal nicht in meinem Stream Ich glaub dich gut Lösch dich nicht Hey, nein, Freddy, um das Wort wird gelöscht, schau Warte, ich schreib mal rein Ich, hör auf Schau, wenn ihr jetzt Freddy Nachbarzeit wirst du auch gewankt, ne? Du auch Ich schreib's mal mal rein Ich hab sieben Accounts Das ist schwierig Ich hab sieben Accounts, keine Sorge Sieben Accounts, älter, Leute Ich hab auch nicht gepasst, Leute, meine Ich hab sieben Accounts, sieben E-Mail-Adressen Ich hab sieben Accounts, sieben E-Mail-Adressen Ich hab sieben E-Mail-Adressen Ich hab sieben E-Mail-Adressen einfach Einer ist noch ein Griechen Ich geh, ich geh, ich geh dahin, ich geh In Griechenland Ich hab ein paar Sekunden Er fühlt die ganzen Lobios gelöscht Mhm, der hat noch einer Geil Gut gemacht Der ist noch einer Warte, wo siehst du? Warte, wo siehst du? Warte, warte Der hat er Nein Gnay Du hast ihn Der ist, der ist, der ist Der ist, der ist, der ist, der ist, der ist, der ist, der ist down Der ist down, der ist down, der ist down Ja, er ist down Er hat ihn gedownt Er hat ihn gedownt Und bleiben meine 500 V-Bucks? Warte, 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 warte Er ist noch, er ist, er ist, er ist noch Er ist noch nicht down Aber das machen wir jetzt Ja, also ist uns schon ein Mäd noch um den Leben Da hat sich er noch gar nicht aus dem Fenster gelehnt Wo ist er denn? Warte, 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 warte Ja, irgendeiner von uns ist raus anscheinend Hallo, Emma Wie geht's dir? Ah, aber Bell, Bell, Bell geht aber Well, well, well geht nicht, ne? Well, 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 keine Ahnung Hallo, Emma Der war ja genockt, aber wo ist der andere jetzt, frage ich mich? Er wartet wahrscheinlich ab, bis wir weg müssen Die Freddy, Emma schreibt gut dir Ja, ich seh's, ich seh's Danke dir Auch Er kommt zu dir, goodnight Mega gut, danke Ich seh' nicht Hinter dir Hinter dir Hinter dir Keine Ahnung Alles gut, alles gut Entspann dich, entspann dich Ich hab ihn Ist der immer noch hinter mir, oder ist der jetzt schon? Ne, 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 der, der liegt schon in der Lobby Der liegt schon in der Lobby Der liegt schon in der Lobby Der macht ein schönes Nickerchen Genau Verstehst du? Powerlap Ich hab am Montag gar keinen Bock mehr Ach, was Ich muss wieder ins Training Ich kann aber sehen, äh, hier live ziel schon erreicht Neue Abonnenten da Wir holen einen epischen nach dem anderen Deswegen Freddy, willst du mal wissen? Wessen? Cool Weißt du, warum Dienstag immer bei mir der schlimmste in Trampis? Weil du Dienst hast? Ne, 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 warte, ich hab bis 15 Uhr Schule Ja Und Ich muss noch ins Boxtraining bis 18 Uhr. Geil. Ist doch krass. Ich kann mir vorstellen, dass es für dich ein harter Tag ist, aber es ist doch mega. Ja, es ist ein harter Tag. Ich habe sieben Tage Krampf. Äh, das ist ein Krampfmuskelkater. Die Emma hat jeden Tag bis 11 Uhr. Ich hatte zum Teil bis 17 Uhr 10 Schule. Mittlerweile habe ich Mittwoch. Mittwoch habe ich bis 16.30 Uhr. Schönes Teil, Alter. Mittwoch habe ich bis 16.30 Uhr. Ich habe jeden Tag außer Freitag bis 16.30 Uhr 15.30 Uhr. Ich muss darauf eine Stunde loswerden. Freitag habe ich bis 12.15 Uhr. Freitag habe ich bis 14.00 Uhr. Ich habe einen gesandt bis um 14.00 Uhr. Dienstags habe ich bis 15.00 Uhr. Und Donnerstag habe ich bis... Ich sehe nicht. Ja, ich gehe aufs Klo. Ich gehe aufs Klo. Ja... Jawoll ... SCHNDETZCHMDETCHMDETCHMDETCHMDETCHMDETCHMDETCHMDETCHMDETCHMDETCHMDETCHMDETCHMDETCHMDETCHMDETCHMDH. Na, hör mal. Ey! Ich sei zu dritt. eihäa. Es ist zu einschuld. Ok, auch nicht schlecht. Nein, 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 ich nicht will. Hier ist noch was zum trinken. So, jetzt freuen wir uns alle. Das ist mieser. Also Emma, falls es dich interessiert, ich habe so was wie einen Stundenplan in meinen Videos, in meinen TikToks, habe ich auch fixiert, wann ich live bin. Falls es dich interessiert, was es ja sollte, sonst wärst du nicht hier. Fahrst ja zur Schule, geht ja nur freitags, weil sonst wärst du ja Spaß. Ist einer auf dem Zug? Ne, ich meine dich. Ne, kann sein, dass jemand auf dem Zug ist. Ja, weil... Äh, ne, aber keiner von uns. Ich glaube, wer es hier bei dem Porsche angebrät hat. Ne, da hast du nicht. Nicht viel schneller. Also ich bin normalerweise so der Nighttime-Streamer, aber zweimal die Woche mache ich auch mal mit Teens. Wer dann nicht wie alt ist und immer? Meistens, wenn du nicht wie alt bist. Ja. Ab 18. Ab 18, genau. Wenn ich halt mal einen. Und heute nicht. Ja, gerne. Ich zeig dir jetzt mal ein bisschen Autofahren. Okay, so nicht. Nein, ich kann doch kein Auto fahren. Was ist ab 18? Naja, äh, dann wird der Stream dir eigentlich... Also wenn du nicht 18 bist, dann wird er dem nicht angezeigt. Freddy, ich weiß jetzt warum ich in deinen Live-Kampf, wenn du es ab 18 hast. Ja, weil du nicht 18 bist. Ähm, weil... Nein, nein, guck. Nein, wenn du deinen Live-Kampf ab 18 hast in der Nacht, soll ich sagen warum? Meine Mutter kann, meine Mutter ist so gesagt, kann auf mein Handy halt zugreifen. Also sie ist so gesagt meine Organisatoren. Also sie kann halt schauen, was ich mache. Ja. Na klar. Und deswegen kann ich auch bei dir in den Live rein. Äh... Nein, jetzt kriegst du es. Hat sie also mein Live genehmigt oder was? Ja. Ja. Nice. Da, 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 da ist er da. Da ist einer. Da sind sehr viele, nicht nur einer. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Let's go. Ich hab ihn richtig gewischt. Oh, der hat ja das Beste. Na, guck. Da bin ich schon rein. Freddy, Freddy, Freddy. Komplett. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus, Leute. Ja, okay. Hä? Hä? Es flütt noch einer. Das wird, das wird uns unsere Runde, Leute. Es flütt noch einer, Freddy. Ich weiß nicht, es flütt noch alle drei. Der eine. Ich frag ruhig, dass er mir den Arsch gerettet hat. Ich versuch den Ausgau. Ich versuch den Ausgau. Ich versuch den Ausgau. Okay, Wasser, Wasserbindung. Okay, let's gooo. Okay, let's gooo. Okay, let's gooo. Faskel, ich bin fast gestorben ohne euch. Kannst mal sehen. Keiner wird hier vergessen. Hier wird jetzt... Okay. Freddy. Ja? Fehl, kann ich Gang-Game? Ha. Ha. Max freut sich schon. Aber lass doch lieber den Ding, wenn wir jetzt noch den Epischen holen, dann lieber noch Runden spielen, bis wir einmal verlieren und dann spielen wir Gang-Game. Ja, das macht, das macht Sinn, ja. Ah ne, ich find irgendwie das macht auch schon Sinn, weil wir haben's ja schon vorher alle so abgesprochen, weißt du. Das ist schon. Alles klar. Äh, immer. Alles gut. Ja, du, ich... Ja, da müssen wir Leute... Weil zu vierten macht's nicht so Bock. Zu zweit... Zu zweit hat's schon Bock gemacht. Äh, du, es ist einfach so... Es ist einfach... Kein nichts für mich. Wenn ich's mal kacke. Mach nix, Freddy. Na ja. Kennt ihr nicht einmal, ne? Ich will doch sonst nicht einschalten. Wie klein ist die Zone, wo ist dieser Typ? Ja, er schämt sich auf jeden Fall hart und hat Angst vor uns. Ja, merkt man. Wir sind doch krass. Er hat's gesehen, dass ihr die Lobby dominiert habt. Da unten ist er... Ja. Merkieren sofort. No Scope, no Scope, no Scope, Versuch. Stop. Oh mein Gott, einmal getroffen, einmal getroffen. Warte, 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 warte. Ich hole, ich hole, ich hole. Ich hole. Ich hole. Ich will ihn hoch. Jawoll. Let's go. Freddy hat's geholt. Bam, bam, bam. Freddy, 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 Freddy. Oh, 13 Stück. Freddy, Freddy. Warum ist man eigentlich nie bereit? Warum geht's eigentlich immer in die Zone? Ach so, weil... Mal.